Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. Juni 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1353. Heute mit den folgenden Themen. Neuer Link, Niva, Logitech, Easter Egg, Google und Netflix zum Schluss noch dazu. Neuer Link, möchtet ihr erinnern, was das ist? Ja, Elon Musks, eine seiner vielen Firmen. Neben dem er ja Tesla ist, neben dem er ja bei Twitter mit drin ist, also mit drin, ganz weit mit drin ist, dass er SpaceX hat und noch, wie heisst die, Boring Company, ist er eben auch noch der Mitgründer und CEO von Neuer Link, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kleine Chips zu basteln, welche man später mal in Menschen einpflanzen möchte. Warum möchte man das? Nein, man möchte nicht Zombies generieren und Menschen steuern. Man möchte Menschen helfen, die motorische Störungen haben, die irgendwelche Krankheiten haben und gewisse Dinge nicht machen können, Augenprobleme haben und oder auch Rückenprobleme haben. Und deshalb will man eben einen Chip ins Hirn, unter anderem ins Hirn einbauen, der einem helfen kann zu kommunizieren, sprich Dinge zu umzusetzen, dem Hirn Befehle zu geben, Sensorikimpulse zu verschaffen, die dann eben etwas auslösen. Getestet wurde das Ganze bereits an Affen, schon seit längerem und da hat man sie zumindest dazu bewegen können, dass sie einfache Videospiele spielen konnten oder einen Cursor auf dem Bildschirm bewegen konnten, mithilfe einer Maus. Und jetzt hat Elon Musk die Bewilligung erhalten von der FDA, der amerikanischen Gesundheits, keine Ahnung, wie heisst es schon wieder, die eben solche Dinge zulassen, was funkt, wie auch Smartphones und andere Geräte, also technische Geräte. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, wenn das nächste Video kommt, was Elon Musk zeigen wird, wo er erste Erfolge und oder Möglichkeiten ausgelotet hat. Ich bin sehr gespannt und ja, mal schauen, was da schlussendlich draus wird. Weiter geht's mit Niva. Habt ihr das schon mal gehört? N-E-E-V-A dot com. Das ist eine alternative Suchmaschine, von denen es ja doch die eine oder andere gibt, welche es geschafft haben oder welche es umgesetzt haben und Google die Flanke geboten haben. Leider ist es so, dass Niva nicht mehr weitergeht. Niva wird zugehen und oder anders schliesst sich Snowflake an, was da genau mit auf sich hat. Wer sich dafür interessiert, kann nachlesen. Es ist schade, dass eine alternative Suchmaschine jetzt wegfliegt, aber nachdem Bing jetzt so aufholt mit diesem Kai-Gezeugs in der Suchmaschine, ist wahrscheinlich halt einfach auch das Feld sehr, sehr klein geworden, wovor noch grosse Chancen bestanden. Neues gibt's von Logitech. Die haben mit der Logitech MX Keys OS und dem Logitech MX Anywhere 3S Maus zwei neue Produkte für den Office-Bereich vorgestellt. Eine flache mit wenig Druckwiderstand, Tastatur und eine Maus, die mit der Endung S halt auch zum Beispiel hier zum Podcasten verwendet werden kann, weil sie halt einfach sehr leise ist, sehr, sehr praktisch. Das gleiche gilt übrigens auch für die Tastatur, weil ein S da ist. Nächstens werde ich die testen können und euch dann ein bisschen mehr darüber erzählen können, drüben in pokipsi.ch-blog. Dann gibt's ein kleines Easter Egg, in Anführungs-Schlusszeichen, auf der Apple-Event-Webseite zu der WWDC 2023. Dazu musst du einfach auf die Apple-Event-Seite gehen und da auf AR-Erlebnis umschalten. Das ist so ein kleiner Knopf, den ihr drücken könnt. Und dann gibt's was in AR, was ihr sehen könnt. Ich verrate jetzt nicht, um was es sich handelt, aber wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch direkt verlinkt für all diejenigen, die reinschauen möchten. Und weiter geht es mit der Google Pixel Watch 2. Wieder mal, ich weiss, oder ihr wisst sicherlich, wir machen es selten, aber ein Gerücht. Anscheinend soll die kommende Google Pixel Watch 2 nicht mehr mit dem Samsung-Chip, sondern mit einem von Qualcomm Snapdragon, genauer gesagt der W5 Plus, in der Generation 1 daherkommen. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag für Samsung und könnte da auch zu Unstimmigkeiten führen, denn die beiden bundeln sich ja immer mehr aneinander an. Mal schauen, ob es soweit kommen wird. Zumindest soll es deutlich mehr Strom bringen, weil es nicht mehr ein 10-Nanomillimeter-Verfahren, sondern ein Chip auf einem 4-Nanomillimeter-Verfahren ist. Und der von Samsung, der neue, der in der Galaxy Watch 5 drin ist, halt nicht ganz so weit ist und auch nicht ganz so stromfreundlich fungieren kann. Neuigkeiten gibt es auch zu Netflix in Grossbritannien. Da kommt ein sehr wischiwaschi-Gesetz online, das es verbietet, TV-Sendern oder eben Sachen, Streaming-Angeboten, Inhalte auszustrahlen, die schädlich oder irreführender Natur sind. Es ist mit einer Strafe bis zu 250.000 Pfund belegt und ist recht, wie gesagt, schwammig definiert. Denn man sagt nicht richtig, was da genau damit gemeint ist. Es sollen vor allem Sendungen, die aktuelle Politikthemen aufgreifen, gesellschaftliche Debatten bieten und oder auch Comedy-Shows, die Ähnliches umsetzen, da es schwierig haben. Und somit hat es natürlich Netflix, aber auch Disney Plus nicht ganz einfach und müssen da stetig ihre ganzen Inhalte kontrollieren und im besten Fall oder im schlechtesten Fall aus dem Sortiment nehmen. Finde ich jetzt sehr schwierig, aber solche Gesetze werden wir vielleicht bald auch bei uns in irgendwelcher Form mal sehen oder auch nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein kleiner Tipp noch in den Shownotes verlinkt. GT 2030, unsere neueste News-Episode, ist online. Wer mag und noch nicht hat, gerne mal reinhören. Das war's mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.